Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Essen und Trinken ist nicht nur bei den Erwachsenen ein Lieblingsthema. Auch Jugendliche kämpfen gegen übermächtige Gelüste und haben es nicht einfach, wenn es darum geht, sich von lieben Gewohnheiten zu verabschieden. Bianca, Laura und Olivier haben sich diesen Sommer gemeinsam ihre Gedanken zu diesem Thema gemacht und sind zusammen mit uns in einer Broschüre zusammengefasst. Entstanden ist aber nicht einfach eine weitere Ernährungsbroschüre. Das Resultat ist MAMPF mit nützlichen Tipps und Enthüllungen rund ums richtige Essen. Hier drin erfährt man mehr, zum Beispiel alles über Tops und Flops beim Abnehmen. Einfach hungern oder essen mit schlechtem Gewissen bringt es nämlich nicht. Mehr Bewegung wäre da schon effizienter. Wie kommt ein Sportler fit durchs Rennen? Braucht es mehr Protein oder reicht auch einfach? Eine Banane? Auch das Brain-Will-Nahrung, besonders vor Prüfungen oder wenn geistige Arbeit gefragt ist. Und wer ab und zu einen besonderen Kick braucht, sollte dafür sorgen, dass es statt zum ungeahnten Höhenflug nicht schon zum K.O. in der ersten Runde kommt. MAMPF, unsere Ernährungsbroschüre für die Jungen, enthalten natürlich noch viel mehr wissenswertes rund ums Essen, Trinken und Leben geniessen. Zusammen mit Bianca, Laura und Olivier, den Autoren von MAMPF, hoffen wir jetzt natürlich, dass das Lesen eben so viel Spass macht, wie die drei beim Schreiben hatten. Bestellen können Sie MAMPF, bei Coop Schweiz, Public Relations, Kennwort MAMPF, Postfach 4091 Basel. Noch schneller und einfacher kommen Sie übrigens zu diesen Informationen, wenn Sie Anschluss ans Internet haben. Unter diesen Adressen können Sie nämlich gerade direkt ins MAMPF reinschauen. Schau jetzt, auf der Homepage von Coop ist etwas los. Hier gibt es Tests, Wettbewerbe und die Möglichkeit, im MAMPF umzuschneiden. Und wenn es dich packt, kannst du per Knopfdruck stellen. Aber das Beste sind natürlich die Wettbewerbe mit diesen verrückten Preisen, von Bikes und Reisen bis hier zu Hause gerät. Mit einem Produkt, das, soviel ich weiss, auch Jugendliche besonders gerne haben, geht es jetzt weiter im Markenfenster. Ein nicht alltägliches und erst noch günstiges Rezept hat, hat diese Woche ein Team vom Kochstudio für Sie parat. Pommes Frites kennt man ja meistens als Beilage oder als Snack zwischendurch. Wir machen es heute mal als Hauptgericht. Das Fruchtfleisch von einer grossen, reifen Avocado in grobe Stücke schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln. Ein bis zwei Esslöffel Milch und einen halben Becher sauren Halbrahm dazugeben und alles mit dem Stabmixer pürieren. Jetzt fein gehackten Kerbel und Peterli beinfügen, mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen, alles gut verrühren und die Creme kühl stellen. Die Ofenpommes Frites noch tiefgekühlt auf einem Splash in Portionen verteilen. Mit Curry, Paprika und Salz würzen und im vorgeheizten Ofen backen. Nach ca. 15 Minuten grob graffelten Emitaler drüber streuen und nach weiteren 5 Minuten Scheritomaten auf der Pommes Frites verteilen und nur mal etwa 5 Minuten backen. Dank der Studiotechnik ist das jetzt aber viel schneller gegangen und wir können die Käsepommes Frites zusammen mit der Avocadosauce und einem gemischten Salat anrichten. Wenn Sie das Rezept möchten ausprobieren, finden Sie es wie gewohnt in der Coop-Zeitung. Ich kann es Ihnen nur empfehlen und wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Ein Rezept, das einmal mehr beweist, dass etwas Gutes nicht teuer sein muss. Auch backen können Sie jetzt besonders günstig. Ein Kilo Weissmehl z.B. kostet bei uns nur 1,45 Euro. 3 Päckchen Choco Petit Bœur von Wernli, nur 6,95 Euro. Ein Bund Mosrosen kommen Sie über für nur 5,90 Euro. Und pünktlich auf die Pfnüsselzeit gibt es ein Riesenpaket Papiernastücher für nur 6 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen Sweatshirts und Jeans für Kids in der gewohnten Techstar Qualität für nur 17 Franken. Und noch günstiger kommen die Minikits zu neuen Kleidern. Ebenfalls von Techstar gibt es Denim und Collerjeans für 15 Franken. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Und zwar sind alle Coop-Kafes günstiger geworden. Der Jubilor Classico z.B. kostet nur 3,50 Euro. Im Coop-Restaurant können Sie ein Lachsteig mit Sauce Bernese, Salzherdöpfel und Blattspinat probieren für unglaubliche 9,90 Euro. Eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Wenn es da bei uns kalt und nebelig wird, zieht es den einen oder anderen schon wieder an die Sonne. Im neuen Winterkatalog von Coop Extra Reisen werden Ihre Ferienträume wahr. 16 sorgfältig für Sie ausgesuchte und besonders preisgünstige Ferienhits führen von einer Rundreise in den Wilden Westen bis zu exotischen Badeferien auf Bali. Ein weiterer Hit ist auch dieses Jahr unsere Silvestreise nach New York. Mit Coop Extra Reisen fliegen Sie für 995 Franken nach New York und erleben dort ein paar tolle Tage und einen fantastischen Silvestre. Alle Coop Extra Reisen können Sie übrigens zu 100% mit Reka-Schecks zahlen. Und den neuen Winterkatalog bestellen oder nachbessen gerade eine der Coop Extra Reisen buchen, können Sie jetzt am Telefon unter der Nummer 031 329 44 44. Die Leitungen sind noch wie immer bis am 9 besetzt. Soviel für heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.